So, wir starten wieder im Flugzeug. So, einmal kurz nachladen. Okay, Leute, einmal kurz Augen zu machen, das wird gleich ziemlich hell. Wow. So. Aber ich würde sogar einen Granaten spammen, aber ich habe halt nur eine. Oh, den macht ich. Oh, alles klar. So, legen wir uns mal hier hin. Ja, hallo. Na, komm. Komm, noch mal raus. Ja, nicht so raus. Ja, genau. Meine Teamkameraden, die chillen mal wieder nur. Ich würde wieder alles alleine machen. Kommt hier einer. Oh nein, nicht wieder so ein großer. Nicht so wieder so ein großer. Eins, zwei, drei. Haben wir hier an der Decke. Und der ist auch bedauern. Yeah. Ja. So, da hinten sind auch noch nur zwei. Also, ich nehme mal eine Granate. So. Igen die rein. Weiß jetzt gar nicht. Was falsches Ziel? Gegner aus Staunen. Mann, da hinten. Da sieht es doch komisch aus. Da, eine Tür. So gut gemacht. Links. Hinten alles klar. Was haben wir? Ich würde sagen, P.E.T.N. Ja, und das scheint auch jeder Menge zu fehlen. In der Tat. Das reicht ja locker, um den halben Berg zu sprengen. Das, die, Voodoo. Hey, wir haben das P.E.T.N. gefunden. Ist ziemlich viel. Und es fehlt sogar noch eine Menge. So langsam setzt sich das Puzzle zusammen. Ihr müsst eine Probe des P.E.T.N. beschaffen, das Rattenloch ausräuchern und in die Luft kommen. Roger. Das, die, sagt, wir nehmen eine Probe und springen das Lager. Was zur Hölle? Ja, wir sind raus, sobald du gesagt hast. Es reicht für den halben Berg. Das Taktivate. Feige Schweine. Legen Rauch. Sieh, es wird Rauch markiert. Roger. Rückschiff. Tumschlag in Kürzen. P.E.T. 15 Sekunden. Das, die hier, Voodoo. Sprich, Voodoo. Lager ist zerstört. Ich sag dir, Alter, wir haben in der Anlage ziemlich krasse Sachen gesehen. Die Kurzversion. Brief das O.G.A. nach der Landung. Also das P.E.T.N. ist übel, aber wir haben ein Ausbildungslager gesehen. Kleinwaffen, Schießstände, Pappkameraden. So ein Lager ist uns seit darunter nicht mehr untergekommen. Dieser Kleriker hat Ehrgeiz. Alles klar, langsam schließt sich der Kreis. Okay, wie geht's weiter? Zurück zum Bainbridge. Seid wachsam. Haltet euch bereit. Roger. Make her out. Ja, schieß los. Kannst losgehen. Bleibt dran, wir haben gerade ein paar wetterbedingte Interferenzen. Okay, wir sind wieder online. Heute ist der Tag, Leute. Hassan kommt wie üblich um 16.30. Wie ihr wisst, reist er mit sechs Mann Gefolge. Zwei bleiben beim Fahrzeug, vier gehen ins Hotel. Einer bleibt in der Lobby, einer in der Nähe des Aufzugs. Ein Typ vor der Tür, einer im Zimmer. Dort holt ihr ihn euch. Ihr habt vier Minuten zum Wagen zu kommen und abzuhauen. Fragen? Hast Hassan in den Kofferraum? Gerade so. So, wir dürfen wieder fahren. Ja, ich hab deine Mut. Roger, Dusty. In der Garage. War gar nicht so schlimm. War wie Wäsche abholen. Dusty, wir sind unterwegs. Hat Hassan was gesagt? Ah, das war's schon. Ich hab auch sein Handy und seinen Laptop. Das ist genau. Das ist, wie die Motel ist. Security kommt. Verstanden. Rachel, du schnelles Gehen zum primären Exzentationspunkt. Dusty, bist du da? Ah, dann muss ich den Netzwerperferenzug effekt. Ich stelle die Verbindung mit meinem Handy in. Wir sehen die Daten später, so entschauen wir uns so viel, wie wir können. Roger. Kontakt der Kalender, Reis mit allem, es wirst du finden. Verstanden. So, ich würd sagen, diesmal kann ich besser fahren, weil ich sitze auf der linken Seite. Verkehr. So, hier sieht's ja fast aus wie in L.A., nur dass wir in Dubai sind. Und ich muss sagen, eigentlich hasse ich die Autoperspektive. Dann spiele ich immer aus der Verfolgersicht. Nur so, wenn ich scheiße fahre. Oh, Alöchen. Haha, ausgeschalten. Tja, damit hat er durchgerechnet. Ich eigentlich auch nicht, aber auch egal. So, hinter uns. Am Brückspiegel sieht man auch ziemlich cool was. Weiß nicht, werden wir verfolgt? Nee, glaub nicht. Das ist ein Scherz, oder? So, hier geht's doch viel besser. Hier hat man auch mehr Platz. So, aber irgendwie... Oh je, oh je, oh je. Ach, come on, easy going. Einfach hier durch. Noch mal eins. Okay, nach rechts. Ah, ich zähl's glaub schon. Äh, jetzt sind's schon vier Stück. Oh, der da. War so zivil, aber auch egal. Oh, der raucht schon. In der uns sind noch zwei... Yo. Der hat die Augen von nur gebremst und ich bin reingefahren. So ein Idiot. Haha. Der kann nicht fahren. Yo, easy. Was macht er, was macht er, was macht er? Haha. Opa lale. War nicht so geplant. Aber egal. So, einmal so. Zack. Yo, ich weiß. So, einmal so. Hei, 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 hei. 200 Meter. Ja. So, jetzt mal wieder hier auf Vollgas. Was? Wir haben schon lange. Das passt nicht, Dusty. Wo, 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 wo. Wo, wo, wo. So, der hinter uns. Okay. Haha. Was war das gerade? Wie geil. Wie, wenn er gerade in den Rückspiegel geschaut hat. Wow, 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 wow. Okay, einmal eingeparkt. Haha. Roger, Pritchard, rechts ran. Da sind sie. Warte. Warte. Was machen die denn? Nicht bewegen. Okay, Jungs. Hassans Männer riegeln die Gegend ab. Ich leite das Videosignal zu euch um. Mögliche Verstecke sind markiert. Fahrt langsam und bleibt außer Sicht. Okay. Okay, Dusty. Sie verschwinden. Sie blockieren die Straßen. Rechts ausweichen. Ist auch mal ziemlich geil. Und am Inselsteckung. Und hier. Wow. Die Auswand ist am siebende des Viertel. Alter, das ist auch mal geil hier. Like GTA, so. Langsamer. Langsamer. So, ich geh mal hier hin. Kann ich mich verstecken? So, okay. Verstanden. Ist ja auch mal richtig geil gemacht. Hier hab ich ihn versteckt, brauche ich aber gar nicht. Ach, ich bin hier falsch abgebogen. So, ich geh nach links. Wow, 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 wow. Okay, der fährt weiter. So, nach links wieder. Dann... Na toll, da komm ich ja auch nicht. Komm ich da überhaupt nach... ...da hin, wo ich hin will, oder... ...weiß es gar nicht. So, aber hier sieht es derzeit eigentlich ziemlich sicher aus. Wow, 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 wow. Auf der Fahrt nichts mehr. Auf der Ausfahrt noch hier. Auf der Neuerung. Na toll. Oh Gott, schauen kann ich nicht. Aber es funktioniert doch so. Mal kurz verstecken. Ah, jetzt ist so dunkel. Oh, ich bretche, ruhig. Warte hier. Jo, wir warten mal kurz. Die Frage, wo soll ich da hinfahren? Einmal umgedreht. Ich hoffe, die Blockade sieht mich auch nicht. Das wäre sonst ziemlich kacke. So, wir fahren jetzt mal hier ganz langsam. So, toll, da vor uns fährt noch einer. So, der biegt ab. Oh naja, da kommt wieder einer. Kommt einer. Na, super. Hier wollte ich eigentlich auch nicht hin. Oh man, oh man. Halt, halt. Nein, 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 warte. Ich muss ja umdrehen. Ich muss ja in die Richtung weiter. Was anders bringt es mir gar nicht. So, jetzt hier rum. Da wären wir auch schon. Wow, 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 wow. Ganz langsam. Bleib stehen. Jo, ich bleibe schon stehen. So, wieder schön langsam weiter. Ich muss sagen, die Passage vom Spiel ist richtig geil. Also richtig geil gemacht. Mit den Fahnen und so. Ganz normal, aber jetzt mit den Verstecken auch noch. muss ich wirklich sagen, haben sie richtig gut gemacht. Geile Idee. Geil, die Passage auf den Freerweg. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Hi, 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 hi. Ihr fahrt auf der falschen Seite. Nein. Ja, hallo. Sind sie ganz schön aggressiv hier? Na, kann ich nicht hier durch? Aber okay, ich kann hier nicht durch. Ha, 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 verdammt. Würde ich hier irgendwie so die abhängen? Aber die machen ja gar nichts. Na, komm mal. So, ja, hallo. So, Vollgas. Ja, genau, hallo. Gar keine Chance, hier rauszukommen. Noch, noch. Alter, was gehen wir denen ab? Nur in einer Person. So, verdammt. Zum Glück ist der Airbag noch nicht losgegangen. Ja. Mal auf die Seite. Wow, 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 wow. Hallöchen. So, alles klar, mach ich. Wow, wow, wow. Äh, die Autobahn noch gar nicht fertig. Haha. Ja, Kohl vorbei. Ihr seid auch gut. Ihr seid gut. An die Möcke, wir vorbei. Dann fahren wir halt wohl hier über den Haufen. Hi, hi, hi. Ah, hier kann man sich umschauen. Was machst du da? Roger, ich hab dich ab links stehen, bitte. Du musst das Auto wechseln. Es ist gleicher Parkhaus. Check dein GPS. Roger. Reacher, fahr zum Parkhaus. Es kommt nach 500 Metern links. So, ins Parkhaus? Langsam. Okay, da links ist die Einfahrt. Sekundärfahrzeug auf 1, Auto wechseln und so schnell es geht zum Exfiltrationsflug. Warte. Wir haben das Sekundärfahrzeug, Dusty. Mach schnell. Wenn wir das Ding abschnappen, wir uns Hassern und verschwinden wir. Ja. 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 So viel zum Thema Sekundärfahrzeug. So, einmal hier längst vorbei. Ganz nach oben? Okay. Ja, aber doch ein bisschen komisch, dass es da rausgeht. Ganz oben. Und wir folgen jetzt. Tokio. Drift. Cool, Bruder. Das ist erledigt. Yo. Haha. Hier rechts. Rechts, da kommt einer. Nein, so wird aber hier nicht gedriftet. Das müsste noch oben, meine Kameraden. Wir fahren jetzt wieder runter. Na toll, da wollte ich aber auch nicht hin. Fahren wir dann nach unten. Na ja, jetzt sind wir wieder ganz unten, oder? Auf geht's. Ein bisschen bremsen. Einmal Schrank kaputt machen. Nicht zu. Ich sehe dich, weil es verriegt. Tolle Show. Rusty. Bring uns aus der Staffel raus. Wir müssen. Okay. Allemal hier. Die Staffel ist ab. Achtung. Die Staffel ist ab. Die Staffel ist ab. Die Staffel ist ab. Achtung, da kommt wer. Sie sind total. Feature. Ding steht. Sie sind immer. Feature. Hei. Feature, du hast neun Schatten. Gib mir irgendwas, was sieht aus. Was, die, das sind zwei Autos, die wir nicht loswerden. Dein Koder, der sagt, stopp, contain. Ich wusste nur, du würdest das sagen. Du hast den gehört, Preacher. Ab in den Sturm. In den Sturm. Na toll. Das hier, wir sehen ja absolut gar nichts. Wartier. Wow, da steht Mauer. Ja toll, gibt Gas. Was für der Sicherheitschef von mir. No, nein. Wow. Ja, der war geil. Schön zwischendurch geflutscht. Ja. Heil. Die Karri, die halten aber ganz schön viel aus. Alter, come on. Nie mal aus dem Weg. Alter, ich kann gar nicht mehr beschleunigen hier. So, sehr nice. Den hätten wir mal wieder. Jetzt noch nix. Nach links. Ich denke, er ist weg. Ich habe ihn. Roger, sieht gut aus. Kommt so schnell, es geht zum Exfiltrationspunkt. So, ich hoffe auch mal, dass sie weg sind. Ab in die Dienstmacher. Ja. Ich hoffe, ich habe ihn mit mir ab. Ich hoffe, dass sie sich nicht zurückgützt. Ach, sie sind sicher. Ich hoffe, dass sie zurückgehen. Ich hoffe, dass sie sich nicht ohne Zeit sind. Ich hoffe, dass sie nicht sicher ist. Das war's für heute.